Hallo, ich bin Lee und heute lesen wir ein Märchen von Ernst Moritz Arndt. Möchtest du keines unserer Höhbücher mehr verpassen? Dann klick einfach gratis und unverbindlich auf Abonnieren und die kleine Glocke. Das Silberglöckchen Ein Schäferjunge zu Patzig, eine halbe Meile von Bergen, wo es in den Hügeln auch viele Unterirdische hat, fand eines Morgens ein silbernes Glöckchen auf der grünen Heide zwischen den Hühnengräbern und steckte es zu sich. Es war aber das Glöckchen von einer Mütze eines kleinen Braun, der es da im Tanze verloren und nicht sogleich bemerkt hatte, dass es an dem Mützchen nicht mehr klingelte. Er war nun ohne das Glöckchen heruntergekommen und war sehr traurig über diesen Verlust. Denn das Schlimmste, was den Unterirdischen begegnen kann, ist, wenn sie die Mütze verlieren, dann die Schuhe. Aber auch das Glöckchen an der Mütze und das Spenglein am Gürtel ist nichts Geringes. Wer das Glöckchen verloren hat, der kann nicht schlafen, bis er es wiedergewinnt, und das ist doch etwas recht Betrübtes. Der kleine Unterirdische in dieser großen Not spähte und spürte umher. Aber wie sollte er fahren, wer das Glöcklein hatte? Denn nur wenige Tage im Jahr dürfen sie an das Tageslicht hinaus, und dann durften sie auch nicht in ihrer wahren Gestalt erscheinen. Er hatte sich schon oft verwandelt in allerlei Gestalten, in Vögel und Tiere, auch in Menschen, und hatte von seinem Glöckchen gesungen und geklungen und gestöhnt und gebrüllt und geklagt und gesprochen. Aber keine kleinste Kunde oder nur Spur von einer Kunde war ihm bis jetzt zugekommen. Denn das war das Schlimmste, dass der Schäferjunge gerade den Tag, nachdem er das Glöckchen gefunden, von Patzig weggezogen war und jetzt zu Unruh bei Gingst die Schafe hütete. Da begab es sich erst nach manchem Tag durch ein Ungefähr, dass der arme kleine Unterirdische wieder zu seinem Glöckchen und zu seiner Ruhe kommen sollte. Er war nämlich auf den Einfall gekommen, ob auch ein Rabe oder Dohle oder Krähe oder Oglaste das Glöckchen gefunden und etwa bei seiner diebischen Natur, die sich in das Blanke vergafft, in sein Nest getragen habe. Und er hatte sich in einen angenehmen, kleinen, bunten Vogel verwandelt und alle Neste auf der ganzen Insel durchflogen und den Vögeln allerlei vorgesungen, ob sie ihm verraten möchten, dass sie den Fund getan hätten und er so wieder zu seinem Schlaf käme. Aber die Vögel hatten sich nichts merken lassen. Als er nun des Abends flog über das Wasser von Ralo her über das Unruher Feld hin, weidete der Schäferjunge, welcher Fritz Schlagenteufel hieß, dort eben seine Schafe. Mehrere der Schafe trugen Glocken um den Hals und klingelten, wenn der Junge sie durch seinen Hund in den Trab brachte. Das Vöglein, das über sie hinwegflog, dachte an sein Glöcklein und sagte in seinem traurigen Mut, »Glöcklein, Glöcklein, Böcklein, Böcklein, Schäflein auch du, trägst du mein Klingeli, bist du das reichste Vieh, trägst meine Ruh.« Der Junge horchte nach oben, was da so seltsam aus den Lüften klang, und sah den bunten Vogel, dem noch viel seltsamer vorkam. Er sprach bei sich, »Putz tausend, wer den Vogel hätte, der spricht ja, wie unser einer kaum sprechen kann.« »Was mag er mit den wunderlichen Worten meinen? Am Ende ist er ein bunter Hexenmeister, meine Böcke haben nur tonbackende Glocken, und er nennt sie reiches Vieh, aber ich habe ein silbernes Glöckchen, und von mir singt er nichts.« Und mit den Worten fing er an, in der Tasche zu fummeln, holte sein Glöckchen heraus und ließ es klingen. Der Vogel in der Luft sah sogleich, was es war, und freute sich über die Maßen. Er verschwand aber in der Sekunde, flog hinter den nächsten Busch, setzte sich, zog sein buntes Federkleid aus und verwandelte sich in ein altes Weib, das mit kümmerlichen Kleidern angetan war. Die alte Frau, mit einem ganzen Sack voll Seufzer und Ächzer versehen, stümperte sich quer über das Feld zu dem Schäferbuben hin, der noch mit seinem Glöcklein klingelte, und sich wunderte, wo der schöne Vogel geblieben war. Sie räusperte sich, tat einige Huster aus hohler Brust und bot ihm dann einen freundlichen guten Abend und fragte nach der Straße zu der Stadt Bergen. Dann tat sie, als ob sie das Glöcklein jetzt erst erblickte und rief, »Ei, je, welch ein niedliches, kleines Glöckchen! Hab ich doch in meinem Leben nichts Feineres gesehen! Höre, mein Söhnchen, willst du die Glocke verkaufen? Und was soll sie kosten? Ich habe ein kleines Enkelchen, für den wäre sie mir eben mein bequemes Spielgerät.« »Nein, die Glocke wird nicht verkauft,« antwortete der Schäferknabe kurz abgebissen. »Das ist eine Glocke, so eine Glocke gibt's in der Welt nicht mehr. Wenn ich nur damit anklingle, so laufen meine Schafe von selbst hin, wohin ich sie haben will. Und welchen lieblichen Ton hat sie? Hört mal, Mutter!« Und er klingelte, »ist eine Langweile in der Welt, die vor dieser Glocke aushalten kann? Dann kann ich mir die längste Zeit wegklingeln, dass sie in einem Hui fort ist.« Das alte Weib dachte, »wollen sehen, ob er Blankes aushalten kann?« Und sie hielt ihm Silber hin, wohl drei Thaler. Er sprach, »ich verkaufe aber die Glocke nicht.« Sie hielt ihm fünf Dukaten hin. Er sprach, »das Glöckchen bleibt mein.« Sie hielt ihm die Hand voll Dukaten hin, aber er sprach zum dritten Mal, »Gold ist Quark und gibt keinen Klang.« Da wandte sich die Alte und lenkte das Gespräch anderswohin und lockte ihn mit geheimen Künsten und Segessprechungen, wodurch sein Vieh Gedeihen bekommen könnte, und erzählte ihm allerlei Wunder davon. Da ward er lüstern und heuchte auf. Das Ende vom Liede war, dass sie ihm sagte, »öhre, mein Kind, gib mir die Glocke. Siehe, hier ist ein weißer Stock.« Und sie holte ein weißes Stäbchen hervor, worauf Adam und Eva sehr künstlich geschnitten waren, wie sie die paradiesischen Herden weideten und wie sie die feistesten Böcke und Lämmer vor ihnen hintanzen ließen. Auch der Schäferknabe David, wie er ausholt mit der Schleuder gegen den Riesen Goliath, »diesen Stock will ich dir geben für das Glöckchen, und solange du das Vieh mit diesem Stäbchen treibst, wird es Gedeihen haben, und du wirst ein reicher Schäfer werden. Deine Hemmel werden immer vier Wochen früher fett werden als die Hemmel aller anderen Schäfer, und jedes deiner Schafe wird zwei Pfund Wolle mehr tragen, ohne dass man ihnen den Segen ansehen kann.« Die alte Frau reichte ihm den Stock mit einer so geheimnisvollen Gebärde und lächelte so leidig und zauberisch dazu, dass der Junge gleich in ihrer Gewalt war. Er griff gierig nach dem Stock und gab ihr die Hand und sagte, »Topp, schlag ein, die Glocke ist dein für den Stock.« Und sie schlug ein und nahm die Glocke und fuhr wie ein leichter Wind über das Fels und die Heide hin. Und er sah sie verschwinden, und sie deuchte ihm, wie ein Nebel hinzufließen und sanft fortzulaufen. Und alle seine Haare richteten sich zu Berge. Der Unterirdische, der ihm die Glocke in der Verkleidung einer alten Frau abgeschwatzt, hat ihn nicht betrogen. Denn die Unterirdischen dürfen nicht lügen, sondern das Wort, das sie von sich geben oder geloben, müssen sie halten. Denn wenn sie lügen, werden sie straks in die garstigsten Tiere verwandelt, in Kröten, Schlangen, Mistkäfer, Wölfe und Luchse und Affen, und müssen wohl Jahrtausende in Abscheu und Schmach herumkriechen und herumstreichen, ehe sie erlöst werden. »Darum haben sie ein Grauen davor.« Fritz Schlangenteufel gab genau Acht und versuchte, seinen neuen Schäferstab. Und er fand bald, dass das alte Weib ihm die Wahrheit gesagt hatte, denn seine Herde und all sein Werk und seine Hände Arbeit geriet ihm wohl und hatte ein wunderbares Glück, sodass alle Schafherren und Oberschäfermeister diesen Jungen begehrten. Er blieb aber nicht lange Junge, sondern schaffte sich, ehe er noch achtzehn Jahre alt war, seine eigene Schäferei und ward in wenigen Jahren der reichste Schäfer auf ganz Rügen, sodass er sich endlich ein Rittergut hat kaufen können. Und das ist Grabitz gewesen, ihr bei Rambin, was jetzt den Herren vom Sunde gehört. Da hat mein Vater ihn noch gekannt, wie aus dem Schäferjung ein Edelmann geworden war, und hatte sich auch da als ein rechter, kluger und frommer Mann aufgeführt, der bei allen Leuten ein gutes Lob hatte. Und er hat seine Söhne wie Junker erziehen lassen und seine Töchter wie Fräulein. Und es leben noch davon und dünken sich jetzt vornehme Leute. Und wenn man solche Geschichten hört, möchte man wünschen, dass man auch mal so etwas erlebte und ein silbernes Glöcklein fände, das die Unterirdischen verloren haben. Das war das Märchen vom Silberglöckchen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du auf den Daumen hoch klickst und du vielleicht das Hörbuch mit jemandem teilst. Wenn du magst, hören wir uns morgen wieder. Aber jetzt schlaf gut.